Okay. Passt ja perfekt. Sehr witzig. Es waren vier Minuten. Geht das vielleicht noch lauter? Man hat dich in China und Japan noch nicht gehört. Mit deinem Essen, Trinken oder was auch immer das gerade war. Oder halt Energy, ja. Also Waschbecken, Foto von Geist, Salz. War das jetzt dein Ernst? Was ist denn da? Was ist denn da? Kann man das noch abdrehen? Oh Gott, dieser Name. Achso, ich dachte, wir fallen jetzt auf. Toll! So los! Kannst du eventuell weniger hochstimmnagig klingen? Du klingst echt gerade wie eine Frau. Sorry! Wie? Einmal den Stub von Attila. Du hast ja auch Temperatur. Und den Stub von Foxen. Ja. Ja. Und ja, ich hab mein Städterzeug. Street. Wir gehen zusammen. Okay. Oh sorry, wegen eben. Wir gehen. Super leicht. Ja, dann komm mit. Tu ich doch. Du darfst auch gerne laufen. Also schnell gehen. Wieso hast du Angst? Nö. Ich wollte nur gesagt haben. Gehen wir runter? Gehen wir runter? Das hab ich dich gerade gefragt. Wir gehen rechts runter. Perfekt! Hauptsache, wir lachen uns alle einab. Jaaa? Wart da was? Läuft zuerst mal gegen die Wand. Genau. Ja. Wolltest du hier links nicht reinschauen? Da unternehmen nicht. Oben oder unten? Mit dem Gang ist nicht ungewöhnliches. Im Raum haben wir minus 6 Grad. Wo ist der? Wow, das war laut. Das war tatsächlich laut. Nochmal. Das war sehr laut. Ich sag doch schon die ganze Zeit, das war sehr laut. Ja, natürlich hab ich das auch gehört. Ich hab nur keine Ahnung, wo genau links das ist. Ah, dann ist ja gut, dass ich hier grad weiterlaufe. Ne, wir haben euch schon. Ich hab doch gesagt, dann ist ja gut, dass ich hier einfach weitergelaufen bin. Passiert. Passiert. So, lass mich mal schauen. Gefrieratm. Ja, Gefrieratm habt ihr aber glaube ich nicht gesagt, oder? Fingerabdruck. Dann kam es nicht an. Fingerabdruck. Hier unten links. Ist ein Gespenst. Ist ein Gespenst. Habt ihr jetzt ein... Habt ihr jetzt ein Foto gemacht? Nein, nicht du! Ja. Ob irgendjemand von euch ein Fotoapparat dabei hat? Hier sind zwei Fingerabdrücke. Nein. Okay, gut. Perfekt. Ach, der hat... Ah ne, warte, wir haben noch nicht angemacht. Okay. Ja, das schaue ich doch grad hier unten. Da, macht ein Foto. Perfekt. Lichtschalter können wir nicht kriegen, weil wir den Sicherungskasten hier angemacht haben. Okay. Jo. Wo ist der? Wo? Hä, aber ich hab auch nichts gehört. Wir sind wieder weg gewesen. Ich hab so kurz gehört. Ich hab nichts gehört, nichts gesehen. Ich hab nichts gehört. Das soll ich normalerweise suchen? Ja. Lass die Tür auf. Ja. Äh, zählt das eigentlich, wenn der nochmal mit der Hand dran war, ob der... Zählt dann den Fingerabdruck nochmal? Äh... Äh... Versuch es mal bitte. Mach noch mal ein Foto von der Hand vor einer Tür. Kann man da noch rein? Ja, egal. Versuch's nochmal. Hat er Hey gesagt? Scheinbar. Hey oder Okay. Hat er gesagt. Oder Hate. Mir hat er mal... Mir hat er mal mit Okay geantwortet. Keine Ahnung, wo er hingeht. Andere Richtung auf jeden Fall. Ach, sag ruhig da drinnen. Ruhe Geist. Mit dir hat keiner geredet. Dich hat keiner gefragt. Deine Meinung interessiert niemanden. Alter Nani, deine Hand sag grad so aus, als würdest du den Mittelfinger auf Foxy zeigen. Echt? Zumindest sah es für mich aus dem Augenwinkel gerade kurz so aus, weil ich grad kurz woanders hingeguckt habe. Jetzt sieht es eher so aus, als würdest du nach da vorne zeigen. Ohne irgendwas in der Hand zu haben. Ich hab ja auch nichts in der Hand. Ja, aber du hältst die Hand so, als hättest du irgendwas in der Hand. Als würdest du irgendwas festhalten. Ja. Ja. Was ist das? Salz und Waschbecken. Foxy hat doch immer einer. Ja, glaube ich. Foxy, hast du... Okay, das war meine Frage. Nani, nimmst du noch das zweite kurze Fix mit? Ja. Sehr schön. Dann noch deine Kopfkamera und dann können wir los. Oh, die verlesse ich immer wieder gerne. Genau. Auf geht's. Oh, ich glaube Foxy hat gerade ein Foto gemacht. Okay, sie war gerade am Lichtschalter. Vielleicht gibt's da jetzt auch noch einen Fingerabdruck. Ja, bin hier gleich da. Vorsicht, der ist hinter dir. Vorsicht, der ist hinter dir. Vorsicht, der ist bei dir. Wir sind gleich da, um dich zu retten. Ja. War das hier? Nein. Ich wollte gerade sagen, meine, dann ist es ein oder zwei weiter. Zwei weiter. Pass auf, wer ist hinter dir? Ja. Negativ, keine Fingerabdrücke. Hier, Fingerabdruck am linken Fenster. Der ist neu. Und der war schon wieder an der Tür. Mit neuem Fingerabdruck. Ja. Das sagt er immer. Zeig dich. Ach, die Tür hat er gar nicht als Fingerabdruck genommen, sondern als Interaktion. Zeig dich. Die hat sich gerade bewegt. Und das zweite Mal hat er auch nicht genommen. Das war sehr laut. Die hat mich angehaucht. Ja, sie ist gerade direkt hinter dir gesporn. Okay, also diesen Fingerabdruck möchte er nicht als Fingerabdruck nehmen an der Tür. Wo liegt denn das andere kurze Fix? Ich habe das in der Hand. Legs mal hier an der Box hin. Achso, da liegt schon was. Ne, das habe ich gerade. Werfen wir meins hier so hin. Da kannst du deins hier weiter hier hinwerfen. Versuchen wir das mal. Oh ja. Danke, Street. Dankeschön. Ja, eben ja auch. Nimm mich. Nimm mich. Nimm mich. Nimm mich als Opfer. Sieglaufen. Sieglaufen. Okay. Nein, ich sage Gesichtennamen. Jo. Naja gut, eigentlich ja Türen. Oh, Fingerabdruck am Lichtschalter. Einmal bitte den Lichtschalter fotografieren. Ich. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Oh, zeig dich. Ach nein, wer hat das ja gerade ausgemacht, weil es so nervig ist. Ich habe sie ausgemacht. Danke. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Nein, ich triggere sie nicht. Okay. Okay. Wir sind weg. Das war alles, was wir haben wollten. was wir entdecken. Er hat egal. Ich habe es glücklich schon, ob hier es ... Wow. Ich bin echt camping auf. Zählt das überhaupt? Ich muss gerade sagen, solange es zählt ist ja egal. You have to go. Lass uns! Ach warte, wo mussten wir lang. Hier lang, ne? Wir sind ganz liebe Menschen. Guck mal, da ist auch... Ich bin nicht lieb. Oh Gott. Das ist halt creepy. In dem Raum. Ja. Keiner ist hier lieb. Das kann ich viel besser als du. Nein, Spaß. Das laufen wir ohne Fähre. Weil ich so eine Vorlage hier mache, das merke ich bei meinen Stimmbänderchen. Dein Ernst! Ja, Waschbecken können wir klicken. Fähren wir! Juhu! Ich bin nicht gestorben. Die letzte Runde für den Stream, würde ich sagen. Oder wollen wir noch eine? Bis 1 Uhr kann ich ja ruhig noch machen. Also ich muss noch eben... ...was anderes erledigen. Also bist du dann raus. Ja, erst mal. Ich weiß dann, wie lange ihr wach seid. Na ja gut. Dann... Fahr! Können wir fahren? Ja, darum warten wir doch die ganze Zeit. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt darfst du zu machen und nicht davor. Schnell... Ja, das ist gut. Vielen Dank.